So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, öffne heute wieder ein paar Lego Ninjago Serie 3 Booster. Und zwar 10 Stück. Und warum? Weil in meiner Sammelmappe nur noch 8 Karten fehlen. Ja, ihr hört richtig, 8 Karten fehlen mir noch und ein paar limitierte. Da schaue ich aber nach, welcher Blister oder Multipack es sein muss, dass ich die limitierte Karte bekomme. Weil Magazine boxe ich ja alles an. Dann werde ich mich auf die Jagd nach meiner letzten limitierten machen. Aber jetzt öffnen wir 10 Booster und ich hoffe natürlich, dass da meine 8 Karten drin sind. Oder zumindest 1, 2, 3, 4, 5. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt Lego Ninjago Serie 3. Und wie gesagt, ihr schreibt mir natürlich weiterhin alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Habt ihr eure Sammelmappe schon vollständig habt? Oder wie viele Karten fehlen euch noch? Ganz egal was, hier könnt ihr und hier sollt ihr alles posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Oh, wieder eine schwarze, die ich ja so gut finde. Aber da ich ja letzte Zeit so viel gefunden habe, habe ich sie alle schwarzen vollständig. Aber ist ja meistens so, die letzten Karten, die einem fehlen, das dauert etwas. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt in die 10 Booster so viel wie möglich drin habe. Am schönsten wären natürlich alle 8 Karten. Dann kann ich einen Sammelmappen-Update vollständig machen. Und wenn ihr natürlich die Serie vervollständigen möchte oder anfangen möchte, ich versuche natürlich immer unter ein Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem bestellen könnt. Und das auf jeden Fall. Günstiger? Naja, teilweise ja oder nein. Es kommt darauf an, wie viel ihr ausgeben wollt, was ihr alles bestellen wollt. Aber einen Link, wisst ihr ja, immer unter ein Video. Sicher, bequem, auf jeden Fall. Günstiger müsst ihr selber schauen. Aber teilweise werden sie in den Massen günstiger angeboten, wenn man 2, 3 Multipacks oder 2 Blister gleichzeitig holt. Aber ihr wisst ja auch, bestimmte limitierte Karten, die sind schon ganz schön gestiegen. Das ist ja bei Lego immer so. Ich bin gerade an überlegen, wenn ich die Motive mir so anschaue. Da sind doch schon 1 oder 2 dabei gewesen, die ich nicht kannte. Aber wieder eine Ultra. Richtig cool. Die Ultras, die steigen ja auch immer ziemlich schnell. Aber das Merkwürdige ist, nicht alle. Bestimmte Ultras, die werden richtig hoch gehandelt. Und dann gibt es natürlich die normalen, obwohl alles dieselben Ultras sind. Auf das Motiv kommt es drauf an. Ja, ihr wisst ja, und wenn es euch zu schnell geht, drückt ihr immer wieder auf Pause. So viel Zeit gebe ich euch. Ich lege die Ultra mal eine Seite. Ein Fazit natürlich ziehen. Bei 10 Booster, wie viele Ultras ich gezogen habe. Ab und zu habe ich ja Videos, wo ich ziemlich viele Ultras ziehe. Dann mal wieder auch welche, wo ich kaum welche ziehe oder gar keine. Ja, ich glaube, ich habe schon 2-3 Karten dabei, die ich nun nicht besitze. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Und wie gesagt, ihr schreibt mir natürlich alles in den Kommentaren. Wie viele limitierte Karten ihr besitzt, könnt ihr auch schreiben. Wie viele euch noch fehlen. Kann man ja nie so sagen. Man weiß ja nie, warum noch welche rauskommen. Das ist es ja. Aber wie viele ihr besitzt, könnt ihr natürlich auch in den Kommentaren schreiben. Oh, mal wieder eine Ultra. Oh, eine doppelte. Das sind so Ultras, die etwas seltener sind. Die auch richtig hoch steigen werden. Oder sind sie auch schon. Ich glaube, die wird jetzt schon zwischen 3 und 5 Euro gehandelt. So ungefähr. Aber ich habe sie jetzt. Und ich weiß gar nicht, ob ich sie schon besitze. Das ist die Nummer 37. Mal eben auf meine Liste gucken. Ja, die besitze ich leider schon. Schade. Also hier ist es nun. Das zehnte und letzte Lego Ninjago Serie 3 Booster. Für heute allerdings. Wenn ihr gerne immer mehr sehen wollt davon. Ihr wisst ja. Schreibt es mir in die Kommentare. Oder wer keine Lust zum Schreiben hat. Lasst einfach einen Daumen hoch da. Dann weiß ich, es ist da draußen noch Interesse. Dann werde ich noch ein paar Booster vor die Kamera öffnen. So. Und das war es mal wieder. Von Lego Ninjago. Ich werde sie jetzt natürlich alle einsortieren. Und hoffe, dass ich von meinen 8 Karten, die mir noch fehlen, viel weniger werde. Ansonsten war es das mal wieder. Wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt. Werde ich unter dem Video verlinken. Ansonsten, wie immer. Bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.